So, meine Freunde, moin zusammen, ich grüße euch zu diesem Video. Danke schön, herzlich willkommen. Wo ich das Video jetzt gerade aufnehme, haben wir noch keine 13.000 Abonnenten geknackt. Mal gucken, wann das passieren wird. Dementsprechend gerne ein Abo dalassen, wenn ihr neu seid. Wir legen direkt los mit der ersten Nachricht. Und hier haben wir einen interessanten Artikel, den ich im Spiegel gelesen habe. So heißt es, Zitat, Rentenversicherung muss Negativzinsen in Millionenhöhe zahlen. Ja, Leute, ihr habt es mitbekommen, wir haben die beste Regierung aller Zeiten. Das Volk hat immer die Regierung, welche einem zusteht, welche gewählt wurde oder auch nicht. Also Leute, wir haben halt wirklich die pure Inkompetenz in den Ämtern sitzen. Sorry, aber das kann man doch nicht mehr anders ausdrücken. Also wenn man doch weiß, dass der Leitzins bei Null ist oder man sogar noch Strafzinsen bezahlen muss, dann sollte man sich doch versuchen, irgendwie dem Geld zu entledigen und das Geld anderleitig anzulegen. Oder sehe ich das falsch? Warum wird nicht beispielsweise hingegangen und wird Geld in Gold angelegt? Jetzt mal ganz im Ernst. Oder auch in anderen sicheren Anlageklassen. So, und dementsprechend heißt es hier weiterhin, auch die Rentenversicherungen treffen negative Zinsen. Und jetzt kommt es, insgesamt 221 Millionen Euro muss sie in diesem und im nächsten Jahr draufzahlen. Gemessen an den Gesamtausgaben sind das aber nur Peanuts. Ja, dann ist das ja in Ordnung, weil dann heißt das, greife ich direkt mal vor, nämlich hier unten, die Negativzinsen machen in Relation zu den Gesamtausgaben lediglich 0,04 Prozent aus. Ähm, okay. Und damit ist das jetzt gerechtfertigt? Schieben wir halt die 200, wie viel waren es? 221 Millionen auf zwei Jahre, das ist doch, also im Jahr 2020, äh, 2021, 2022. Ja gut, können wir ja auch runden auf 300. Also Leute, wie mit unserem Geld hier umgegangen wird, das ist unvorstellbar. Weil das Schlimme ist ja daran, diese 221 Millionen, die könnten so vielen Menschen in diesem Land helfen, die könnten so vielen Rentnern helfen, dass sie nicht zum 20. und 21. jeden Monat Flaschen sammeln müssen, dass sie dann nichts mehr zu essen auf dem Teller haben. Da kommt mir einfach alles bei hoch, das ist eine Frechheit. Aber wir gucken uns die Zahlen ganz genau an, was Herr Schwiegel hier schreibt. Von 2017 bis 2023 sind es laut dem Bericht der Versicherung insgesamt voraussichtlich, voraussichtlich, ich wette, das geht noch höher, 602 Millionen Euro, die aufgrund des Einlagezinses bei der EZB gezahlt werden müssen. Leute, 602 Millionen Euro. Was will man dazu noch groß sagen? Die Negativzinsen treffen die sogenannte Nachhaltigkeitsrücklage, die nach den jüngsten Zahlen im Oktober noch knapp 33 Milliarden Euro betrug. Ihr könnt ja gerne mal was über die Kompetenz unserer Politiker gerne in die Kommentare reinschreiben. Als nächstes gucken wir mal die Tesla-Aktie an, wo ich sie gerade hier aufnehme, dieses Video über die Tesla-Aktie, 933 Euro. Also hat sich, ja, ich hatte ja gestern auch schon darüber berichtet, ich glaube, ich habe zu Tesla irgendwie so eine Hassliebe. Weil Elon Musk ist genauso. Der ist in einer Art und Weise ist er wirklich ein genialer Geschäftsmann, hat tolle Ideen. Auf der anderen Seite ist der total durchgeknallt, will hier die gesamte Menschheit irgendwie von der Erde wegkriegen, sondern auf den Mars holen, würde damit ja gar keine Probleme lösen, meiner Meinung nach. Also, total weird. Aber wir sind ja hier, um uns darauf zu konzentrieren, was kann man für Chancen nutzen, wo kann man versuchen, daran zu partizipieren. So eben zum Beispiel bei The Dip bei Tesla. Und das habe ich euch ja vor ein paar Tagen gesagt. Ich hoffe, der ein oder andere hat sich das überlegt, hat mal nachgeguckt. Und es ist nämlich so, es ist wieder viel passiert. Und dementsprechend 933 Euro. Und ich wette, die gehen noch weiter hoch, weil, so heißt es bei finanztrends.de, Tesla-Aktie. Verkäufe steigen in Deutschland um 200 Prozent. Und das ist jetzt nur rein auf Deutschland bezogen, was wir hier für eine Steigerung sehen. Und das ist ja das Krasse. Es ist ja in anderen Ländern ebenso, dass mehr Fahrzeuge von Tesla verkauft werden. Und dementsprechend, das steckt schon ein gutes System mittlerweile hinter, dass das natürlich auch ganz schnell zusammenbrechen kann. Klar, Risikobewertung muss jeder für sich selber machen, ob er das dann als sinnvolle Anlageklasse sieht, ja oder nein. Aber zurzeit stehen die Zeichen ganz eindeutig so, dass richtig viel möglich ist bei Tesla, meiner Meinung nach. Und auch wird sich die Bilanz von Tesla natürlich verbessern, wenn man sich diese Nachricht hier anguckt. Der Umzug von Kalifornien nach Texas war ja ganz strategisch und logisch gewählt von Elon Musk. Denn so wird er wahrscheinlich hier Milliarden an Dollarn schon gespart haben. Und das wird sich ganz klar auch auf der Bilanz darstellen. Als nächstes haben wir hier was bezüglich Visa. Und von ein paar Wochen, ich hatte auch darüber berichtet, hieß es im Handelsblatt, bezahlen mit Bitcoin und Co. Zahlungsdienstleister wollen vom Krypto-Hype profitieren. Mastercard, Visa und PayPal wollen sich nämlich dafür aufstellen. Und gerade Mastercard war ja auch vor zwei Monaten oder so ungefähr, dass sie sich nochmal ganz klar dazu positioniert haben. Ja und dementsprechend jetzt hier Nachricht beim BTC Echo. So bullig ist Visa gegenüber dem Kryptospace. Da ist einiges am Laufen. Da geht es richtig rund. Heißt nämlich hier von Visa-Chef Alfred Kelly, ich weiß nicht, wie weit Kryptowährungen sich in den nächsten fünf Jahren entwickeln werden. Sagen wir, in fünf Jahren stellt sich heraus, dass Kryptowährungen nur eine Modeerscheinung und keine größere Sache waren. Oder vielleicht werden sie extrem populär sein. Ich bin nicht klug genug, um das zu wissen. Aber ich bin klug genug, um dafür zu sorgen, dass Visa bereits heute mittendrin ist. Und diese Aussage finde ich so genial, weil ich weiß auch nicht, ob es den Bitcoin in zwei Jahren, in fünf Jahren oder in 20 Jahren noch geben wird. Ich habe dazu eine Meinung, aber wissen kann das niemand von uns. Aber was mache ich in der aktuellen Situation, auch besonders mit diesem Kanal? Ich versuche möglichst viele Leute, ihn mit diesem Kanal natürlich zu erreichen. Und einfach nur diesen Gedankengang, den ich auch habe im Kopf, als Alternative zu unserem Fiat-Geld, sprich Euro, Dollar und so weiter, darzustellen. Was jeder Zuschauer, ihr quasi, von daraus macht, das ist jedem selbst überlassen. Wenn ihr sagt, ach, der Olli, der labert doch die ganze Zeit nur Bitcoin, das ist alles ein Scam und das ist ein Schneeballsystem. Ich kenne die Kommentare, die kritischen von euch. Keine Frage. Dann ist das so. Dann ist das für mich auch in Ordnung. Ich habe da halt, wie gesagt, eine andere Meinung zu. Aber der Punkt ist, Visa möchte bereits jetzt mittendrin sein. Und ich möchte das auch. Und das passt halt wirklich ganz, ganz gut. Visa auf alles vorbereitet heißt hier weiterhin, wenn sich Kryptowährungen durchsetzen, wollen wir unseren fairen Anteil vom Volumen bekommen. Wir gehen davon aus, dass es sich zu einem großen Geschäft entwickeln könnte. Und deswegen wollen wir natürlich darauf vorbereitet sein. Und ich denke, wir haben einen guten Start hingelegt. Und das sehe ich ähnlich. Und besonders, da könnte man jetzt natürlich die Frage stellen, was war zuerst, das Huhn oder das Ei? Denn, dass natürlich eine Firma wie Visa reingeht in den Kryptobereich, hilft Krypto? Würde Krypto auch durch die Decke gehen in den nächsten Jahren? Was es meiner Meinung nach macht, wie gerade gelernt? Würde es das auch machen, wenn Visa jetzt diesen Markt gar nicht erschließen will? Das ist eigentlich, ne, diese Huhn und Ei Frage. Ja, und weiterhin heißt es nämlich hier auch noch in der anderen Nachricht, bereits nämlich schon im Juli des Jahres, habe ich die nochmal rausgesucht, Visa, Umsatz mit Kryptokarten im ersten Halbjahr über eine halbe Milliarde US-Dollar. Und das sollte doch einfach jedem auch zu denken geben, was hier für Lumen gehandelt werden, was da drin ist und dass ein Visa dann nicht doof ist und sagt, ja, nö, die halbe Milliarde wollen wir nicht, wir machen jetzt hier auf Bundesregierung, das geben wir jetzt als Steuer irgendwo ab oder lassen das verpuffen oder sonst was. Nein, das sind Leute, die Ahnung haben, in der freien Wirtschaft arbeiten und einfach auch aufpassen müssen, wo sie das Geld investieren. Und was sie ermöglichen, um Umsatz zu generieren. Ganz logische Konsequenz. Als nächstes eine ganz, ganz spannende Nachricht, wenn man davon mitbekommt, wie Wale Bitcoin kaufen. Und das ist hier der drittgrößte Bitcoin-Wahl. Der hat nachgekauft beim Dip. Und der hat sage und schreibe 2.702 Bitcoin gekauft. Also ich finde diese Dimensionen da einfach mal so krass. Für, haltet euch fest, 137 Millionen Dollar zu einem Preis von 50.700 Dollar pro Bitcoin. Unvorstellbar. Der hat schon, oder hat jetzt insgesamt 118.000, das heißt, er hatte vorher irgendwas um die 115.000. Da frage ich mich dann auch, weißt du, wenn du 100.000 Bitcoin hast, warum willst du noch mehr akkumulieren? Warum willst du 110, 120? Irgendwann sagst du doch mal, jo, jetzt reicht es doch, aber offensichtlich funktioniert das System. Und das Krasse ist, die sind aktuell wert 6 Milliarden und der aktuelle Gewinn beträgt 3,53 Milliarden. Einfach mal 100% plus. Es ist unvorstellbar, was hier abgeht. Ich finde das einfach nur Wahnsinn. Allerdings muss man natürlich noch dazu sagen, das ist ja bei großen Wallets, ich hatte ja auch letztens mal ein Video darüber gemacht, bei manchen Wallets weiß man ja, dass die zu großen Börsen gehören. Bei dieser hier könnte es so sein, dass die irgendwie zu einer Börse gehört. Es wird aber eigentlich davon ausgegangen, weil wie hier gehandelt wurde, das Muster des BTC-Erwerbs, deutet wohl darauf hin, dass es sich um einen privaten Investor handelt. Man weiß es halt nicht genau. Ich kann mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen, dass der ein oder andere Multimillionär schon vor Jahren hingegangen ist und hat wirklich ganz klar in Bitcoin investiert und nimmt das jetzt einfach permanent mit und macht mal hier wieder was und da was und so weiter. Man weiß ja auch nicht so ganz genau, welche Firmen überhaupt alle drin stecken. Weil wer sagt denn wirklich, dass ein Apple nicht gekauft hat, dass eine Bundesregierung wie Deutschland oder auch eine US-Regierung, das ist noch besser, von einer US-Regierung geht man ja mittlerweile sogar aus, dass die selber am Schürfen sind. Und das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen, dass die das natürlich nicht kommunizieren, um den Kurs noch weiter nach oben zu treiben und natürlich für sich das Beste daraus zu ziehen. Das sollte jedem klar sein. Ja, nicht so gute Nachrichten kommen jetzt hier aus der Ethereum-Blockchain. So heißt es nämlich hier bei Notebookcheck.com, Hacker stehlen 893 Milliarden Shiba Inu-Coins. Jo, der ein oder andere wird in den Kommentaren jetzt bestimmt sagen, ja gut, ist ja nun Shitcoin, ist doch egal. Aber das ist schon heftig, denn hier sind auch noch andere Sachen auf der Ethereum-Blockchain quasi Kryptowährungen abgezogen worden im Wert von 150 Millionen Dollar. Die Schreiben hierher gaben sich wieder einmal Zugriff zu den Wallets eines großen Kryptomarktplatzes verschafft und konnten dabei eine beachtliche Summe des bekannten Meme-Tokens Shiba Inu-Coin sowie eine Vielzahl anderer auf Ethereum-basierende Kryptowährungen anwenden. Und an der Stelle kann ich euch nur empfehlen, Link ist auch unterhalb des Videos in der Infobox, holt euch einen Ledger, schiebt euch die Coins wirklich rüber. Ihr müsst das Ganze absichern und lasst es nicht auf irgendeiner Börse liegen. Das ist viel zu gefährlich. In diesem Sinne, meine Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn du so bist, gerne einen Daumen nach oben signalisieren. Vielen, vielen Dank für den zahlreichen Support. Sehr, sehr geil, dass der Kanal hier so durch Decke geht. Wenn ihr neu seid, gerne ein Abo dalassen. Die Kurse steigen und bis zum nächsten und ciao.